Äh, heute checken wir bis jetzt ab, mit was für coolen Jungs wir heute Fortnite spielen können. Warte, brauchen wir ein YouTube-Intro? Egal, nein, scheiß drauf. Justin, mach einfach irgendwas. Fortnite! Ich spiel heute Fortnite! Ah, yeah! Heute mit, äh, in Fortnite. Yeah, mm! Kein Rette die Welt! Mm! Dafür hab ich kein Geld! Mm! 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 Battle Royale! Ich hab eine Pumpgun mit! Ich hab ein Skin! Ich hab's gefunden! Ich hab schon mal Fortnite gespielt! Guckt euch das an! Seht ihr das? Ich hab Skins! Und guckt hier! Ich hab einen Rucksack! Entweder das, das oder das! Von Spitzhacken hab ich am meisten. Wie viele hab ich von denen? Zwei auch! Heute versuch ich auch gut zu spielen! Hello, Oli? Hello! You are English? Ähm, nein! Was bist du? Ich bin Slowak. Slowak, was? Slowak. Slowak, ja. Slowak, okay. Was sprachst du in Slowak? Äh, ich weiß nicht. Du nicht weiß? Okay, Mann. Wir gehen hier. Nein, 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 nein! Warte! Okay. Nicht da! Warte, wir gehen! Wo ist die Fragezeichen? Ich gehe für Bridge. Für was? Bridge! Bitch! Bridge! Okay, ich bin so clever, Mann! Ich bin in... Äh, ich bin... Okay, ich bin für dich. Okay. Oh! Was? Ich weiß nicht. Oh, ja! Oh, mein Gott! Was ist hier? Was ist hier? Ich habe einen, Geekna. Do you have any weapons? Yes, I have. Shit. Okay. Ich habe ihn, ich habe ihn. Oh, mein Gott! Help me, help me, help me! Help me, help me! Help me! Okay, okay. Komm, komm, schnell! Where is... Hier! ...enemy? Oh, nein! You have, you have... Kill him! Before you, before you, too! Two before you! Two before you! Two! I'm gonna, äh... Ah, I'm dying. I died. I don't... I haven't turned... Hp. Yes. Komm schon! Nur noch einer! Ah, shit! Go, Russia! Go, Russia! Pan, Russki, pan, imaish! Go, Russia! Go... Go, Russia! Äh, hello! Hello! Hello? Hey, hi, are you German? Are you... You speak English? No! F*** you! Deutsch! What the f***? You Deutsch? What? F*** you, man! F*** you! Deutschland! Hello! Oh! Ein Ball! Scheiße! Scheiße! Ich flank rein, Leute! Ich flank rein! Ich hab ihn reingemacht! Woo! Hallo? Dr. Prausenbrot? Ja? Was ist das für ein schwuler Name? Warum? Der hört sich gut an! Danke! Bitte! Also ich bin schwul, deswegen! Perfekt, ich bin ein Mädchen! Ähm, warum spielst du am Valentinstag Fortnite? Warum nicht? Äh... Gibt's da keinen Jungen oder so? Nee, die sind alle hässlich! Halt's Maul, Bitch! Halt's Maul! Zumindest alle, die ich kenne! Halt's Maul, du bist hässlich! Danke! Halt's Maul! So redet sie nicht über Jungs! Und das lass ich nicht zu! Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Was geht? Moin, moin! Ich hab, was geht? Was geht, hab ich gefragt! Ja, alles gut, bei dir! Achso! Ja, bei mir auch! Wann gehst du raus? Wann gehst du raus? Ey, ich bin schon raus! Ja, sag doch! Nö, irgendwie, jeder denkt, ich kann nen Held sehen oder so! Ey, ich spiel erst seit Freitag Fortnite! Achso! Ähm, ja, ist nicht schlimm! Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 15! Äh, hast du eigentlich ne sexy Stimme, so? Wie kommt's, dass du keine Freundin hast? Digga, äh, einfach unbeliebt! Was mit dem anderen Mädchen? Er ist nicht deutsch, scheiß drauf! Na egal! Ich bin deutsch, aber okay! Achso! Oh, Mann, ey! Hier ist einer, hier ist einer! Ich hab ein, ich hab ein! Was machst du? Mein Controller war leer! Jaaaa! Ich hör sogar auf! Ich hör sogar auf! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot wegen dir, Mann! Ich hab... Ich hab... Kontrollers leer! Kontrollers leer! Ja, okay! Ist ein Controller jetzt gerade auch leer, oder warum lässt du mich zurück? Ja, ich hab mal an! Na, Digga, hier sind zwei Kisten! Wieso wechselst du jetzt das Thema? Hahaha! Was jucken mich zwei Kisten, wenn ich tot bin? Ich juck mich schon nicht! Ich sagte, wir sind ein Team! Hahaha! Nee! Du hast was gegen Kanacken, ich merk schon! Ja! 100 pro! 100 pro?! Hahaha! Ja, ja! Also, du sagst mir gerade, dass du was gegen Kanacken hast? Ja! Nein, Spaß! Ich mach nur Witze! Ich hol deine Karte! Was denn? Junge! Hä? Du dreckiger Ruh! Wer? Ach, Digga! Du lebst so fetterlich! Ja, ich wurde gerettet von dem anderen, der nicht mal redet! Junge, jetzt wollte ich gerade retten, komm! Ja, kleine Bitch hast du lange gebraucht! Ja, ich hab dich nicht gefunden, Digga! Einfach der, der nichts sagt! Der School-Shooter war schneller als du! Ja, Digga! Ich muss ehrlich sagen, ich bin scheiße in dem Spiel! Ja! Nicht nur scheiße in dem Spiel, auch noch ein scheiß Freund! Und ein Rassist! Wenn du schwul bist, tanz jetzt! Wenn du schwul bist, tanz jetzt! Oh mein Gott! Soll ich dich retten? Digga, da ist einer! Verwiss dich! Renn weg! 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 Oh mein Gott! Ich hab ein, ich hab ein, ich hab ein Ich hab zwei, ich hab beide Ich hab zwei Stück Ja, und du hast es nicht geschafft, also halt es mal Ja, also halt es mal Ja, und? Also halt es mal Also halt es mal Ja, halt es mal, hä? Hier ist einer, hier ist einer Ja, warte, ich muss, äh, mein Controllers aus Mein Controllers aus Ach, diga, jetzt mal, wirklich Mein Controllers aus Scheiße Ey, hilf mir mal Mein Controller Ihr bist nur dreckiger, ne? Mein Controller ist einfach aus Ich hab gestört Okay, jetzt geht er wieder, weiter geht's So ein dreckiger Weiter geht's, Leute Okay, komm, lass die angreifen, lass die angreifen Oh, mein Controller Ich hab einen Mein Controller ist aus Ich hab beide Okay, jetzt, jetzt, let's go Oh shit, nice gemacht Ich hab beide Ich hab beide Wir wollen das, ich hab ihn Ich hab ihn Oh, stabil, stabil Ja, jetzt auf einmal stabil, ne? Danach sagen, okay Erstmal nicht mithelfen und dann so tun, als hätte man alles gemacht Digo, ich hab grad zwei Kills gemacht Karls Maul juckt keinen Guckt euch das hier an Ja, stark Ich guck dich gar nicht hin Scheiße Oh Die sind, äh, One-Shot Beide Ja, ja, safe Beide One-Shot Ja Der schießt grad auf dich Und er hat dich getroffen Alter, du bist so schlecht, ne? Du bist so schlecht, Alter Ich weiß Ich weiß Ja, spiel lieber nicht weiter Ja, sein, also Spiel lieber FIFA oder so Ah, Matt, loco Ernsthaft? Hörst du mir an, Digo? Kleiner Wichser, Alter Kleine Bitch, Alter Sei leise Kleine Sei leise Einen Kuss Viel Spaß noch Viel Spaß am Stream Digo, so ein Schwanz, ne? Mann, aber wie soll ich denn wissen, dass es ein Stream-Sniper ist? Ich hab' ihm wirklich geglaubt Mann, da vertraue ich keinem Mädchen Such meine Jungs Und werd dann verarscht Vertraut einfach keinem Oh mein Gott! Ernsthaft? Ernsthaft? Was geht? Was geht, Uda? Meinst du das gerade ernst? Taro Was, Taro? Mein guter alter Freund Halt die Presse Du bist der Beste Scheiße, Beste Du bist der Allerbeste Oh! Eigentlich war er süß, Chat Aber wie macht er das? Hallo? Hört mich wer? Ja, ich Oh, hi Hi Du hörst irgendwie an Von einem YouTuber die Stimme Ernsthaft? Ja, irgendein YouTuber Das sagen irgendwie viele Ja Ich hab schon mal ApoRed Schwanz gelutzt Deswegen Nein, nein, ich hab schon nie Sonst hätt's ja mal 10, 50 Leute Ja? Wie alt bist du? Ich bin 3, äh, bin 16 Also du willst mir sagen, dass du 16 bist? Nein, jetzt nicht ganz, aber ich werd, ich bin 15, aber ich werd, ähm, ja, 16 Also du bist 15? Ja Also Stimmbruch dauert bei dir ein bisschen, ne? Hat dir da schon mal wer gesagt? Ja Ja Ich hab noch einen anderen, der ist in Ostern und nu claw... immer... ich spiel, ich spiel seit season 2 H- droh? Ähm, äh... ich, äh... ähm, äh... Weihnachten und... ähm, ich... ähm... Sie, äh in... ähm, äh äh aar, nein... Also habe ich mir einen Biggie gegönnt. Gönn dir. Und jetzt, äh, sag nochmal, wie alt du wirklich bist. Ich bin 15. Halt, Mau, du bist niemals 15. Mein kleiner Cousin ist 7 und er hört sich älter an als du. Ich bin 10. Ich glaube dir nicht mal das. Ich sag dir jetzt wirklich, also ich bin 8. Aber was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass ich von Epic bin? Und dass ich mich gerade auf die Suche mache nach Leuten, die unter 13 sind, um ihr Account zu bannen. Ja, ja. Ja, du bist der? Mein Freund hat einen YouTube-Account. Ich bin kein YouTuber, ich bin von Epic. Und wir suchen gezielt Leute, die unter 13 sind, um die dann von Fortnite zu bannen. Weil das geht so nicht. Du kannst nicht als 8-Jähriger hier reinkommen. Und nein, ich habe deinen Account schon aufgeschrieben. Ich habe es aufgeschrieben. Ich habe es aufgeschrieben. Du bist gebannt, du bist gebannt, du bist gebannt, du bist gebannt. Ich habe es ihm gezeigt. Hallo? Hallo? Äh, you... Go to the bann. What? Oh, man. Where are you from? What is that? Why are you saying that? Haaah. Kagebunchi no Jutsu! Oh, my one more. Shinneiru. I don't know what you're talking. You Chinese? No, when I was a baby, I was literally on my holidays. I'm literally on my holidays. Okay. Are you from UK? No, I forgot the name. So, where are you from? I know it. Republic of China. No, I forgot the name. Bro, stop saying that. You forgot what your language is? No, I forgot the name of my... So, you tell me you don't know the name of your language? Bro, are you from China? Oh, where? Survive me, survive me, survive me. Hat der mich gesturmt? Okay, ich go back. Okay, guys. Nö. 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 Ich habe einen Kill, er hat einen Kill sogar. Ich bin tot. Oh warte. Hoffentlich sterbt ihr auch alleine ohne Walzitag Day. Hoffentlich sterbt ihr auch alleine ohne Walzitag Day. Ohne Walzitag. Kleine Bitch. Kleine Bitch. Ich bin raus aus Fortnite. Müllspiel. Okay, wir versuchen ein Pack mit Münzen. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch schlecht ist. Wir probieren ein Pack mit Münzen. Oh! 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 Ja! Messi! Aguero! Oh! Hey! Ich muss scheißen.